und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmbausteinbaus wir haben uns ja am dienstag ein keyplay set angeguckt das war die mojito bar oder eben auch die cocktail bar je nachdem wie man das ganze nennen möchte und ich habe dieses set ja als karikatur auf eine echte cocktailpaar beschrieben dagegen ist die friends serie vom großen ell eigentlich bieder und das war wirklich wirklich ein lustiges erlebnis hatte aber natürlich nichts mit irgendeiner echten architektur zu tun hat mich aber zu diesen ganz kleinen häusern wieder gebracht und da habe ich mir gedacht machen wir doch jetzt einfach mal einen richtig harten cut und schauen uns etwas an das wirklich den anspruch hat echte architektur in einem kleinen maßstab abzubilden und zwar von wang aus der china world style architecture reihe die nummer 2319 187 teile haben wir hier und es handelt sich um die brauerei thematisch sind mir da ja gar nicht so weit von der cocktail bar entfernt und noch mal ein spätes brosit neue jahren alle die zum ersten mal hier ein video auf diesem kanal anschauen im neuen jahr warum denn eigentlich nicht wenn wir die ganze zeit hier über alkoholische sets reden dieses mal also der harte cut und wir schauen uns natürlich das set heute zusammen an und ähnlich wie in der keyplay city corner reihe gibt es hier eben noch einige sets im selben maßstab aus der selben themen reihe und das sehen wir noch einmal auf dem hintergrund und in diesem text steht eben noch mal dieser anspruch den keyplay natürlich bei der bar nicht hatte dass hier die architektur rund um unseren planeten abgebildet werden soll ich bin mal gespannt ob ich auch mit diesem komplett entgegengesetzten anspruch in diesem maßstab mit den kleinen häusern spaß haben werde auf der verpackung gibt es aber nicht allzu viel spannendes sonst zu sehen und dementsprechend machen wir das ganze doch mal auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an leider haben wir auch wieder in diesem set eine box die man aufschneiden muss weil es zusammengeklebt ist und wir haben keine laschen oder siegel um es zerstörungsfrei zu öffnen das finde ich schade aber sei es drum ihr seht hier schon mal die steine tüten und das ist natürlich schon mal ein krasser kontrast zu der keyplay bar über die steinequalität reden wir aber wie immer während des baus und dann haben wir natürlich noch die anleitung und die ist leider ein kleines negativ highlight es ist eine auffalt anleitung die papierqualität ist soweit in ordnung aber eine klammer gebundene anleitung oder eine anleitung in broschürenform hätte mir schon viel besser gefallen es wird ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt und insgesamt haben wir hier noch elf bauschritte bis dann diese brauerei fertig gestellt ist auch in diesem fall haben wir leider wieder keine teile liste also haben wir jetzt schon alles gesehen was es vor dem bau zu sehen gibt und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns gleich mit dem fertigen haus wieder ich denke bei so einem kleinen set wird kein zwischenbauschritt nötig sein und damit ist die wange 2319 auch schon fertig die architecture brauerei der bau war natürlich super super schnell vorbei also wir reden hier über ungefähr 20 minuten die der bau dauert wenn man wirklich schnell baut und nicht unbedingt der genießer ist dann ist man hier wahrscheinlich schon in zehn minuten durch wenn man schon ein paar set zusammengesteckt hat und dementsprechend schon ein wenig routiniert ist die anleitung war soweit okay zumindest die darstellungen mir hat es auch gefallen dass doch ein paar mehr teile pro bauschritt verbaut werden aber ich hatte an anderer stelle dort ein kleines problem denn die farbwiedergabe ist irgendwie merkwürdig in der anleitung und ich habe jetzt kein problem damit wenn eine anleitung immer die farbe gleich merkwürdig angibt denn dann gewöhnt man sich ja daran wie eine farbe gezeigt wird hier ist es aber so dass die farben gar nicht konstant merkwürdig sind sondern dieselbe farbe teilweise in anderen farbtönen dargestellt wird und das ist noch bei so einem kleinen set hier zu verzeihen bei einem großen set wird das dementsprechend aber schwierig ein beispiel wären diese plates hier ich meine die sind braun und das ist auch in diesem bauschritt recht eindeutig zu erkennen jetzt drehen wir mal die anleitung und schauen uns hier die braun wiedergabe an und die ist komplett anders das ist dunkler als vorn und seht ihr wie das dunkelgrau aus also das hier ist eindeutig nicht dieselbe farbe wie die hier es soll aber dieselbe farbe darstellen und daran muss wange auf jeden fall noch arbeiten denn wie gesagt bei so einem kleinen set ist das verzeihlich bei einem set mit 2000 teilen nicht denn da hat man nicht sofort den überblick welches teil in welcher farbe beiliegen kann die steine qualität ist weitestgehend in ordnung die steine sehen ordentlich aus die angusspunkte sind auch recht klein an der ein oder anderen stelle wie zum beispiel der plate fallen sie dann doch auf aber gerade bei den helleren farben fast gar nicht und bei den dunkleren muss man auch genauer hinschauen von der verbaubarkeit sind die plates und bricks sehr gut was mich ein wenig gestört hat sind die fliesen die sind zwar aussehensmäßig auch gut also sie sind jetzt nicht stark verkratzt oder wirken matt das sind sie nicht aber sie lassen sich sehr schwer verbauen also die haben eine sehr sehr hohe klemmkraft und benötigen einen sehr großen anpressdruck was mir persönlich zu viel war denn die waren teilweise noch stärker als so manche kobe teile und das ist einfach zu viel auch hier zeigt sich wieder dass das keyplay set und dieses set vielleicht in derselben turnhalle spielen aber nicht in derselben sportart denn das keyplay set was natürlich eher für kinder gedacht ist hatte wirklich sehr sehr weiche steine und die steine hier sind doch viel härter und es hat auch einen ernsthafteren anstrich was natürlich eher erwachsene als kinder ansprechen soll damit das funktioniert muss es natürlich aussehensmäßig überzeugen und ich blende euch schon die ganze zeit so ein paar bilderchen ein es sieht okay aus ich muss sagen mir persönlich ist es aber zu wenig um mir so etwas ins regal zu stellen denn so schön ist es eben dann auch nicht wir haben überhaupt keine inneneinrichtung dass mehr oder weniger nur eine fassade und mir persönlich ist das für ernsthaftes architecture dann einfach doch zu klein und ihr wisst dass ich ein fan von kleinen sets bin und diese sehr sehr gerne baue und vorstelle aber das ist mir zu klein um ernsthaft architecture zu sein wenn wir dann in so eine reihe sind wie city corner von keyplay was ja eher an kinder gerichtet ist und kein display set unbedingt ist da geht das mit diesen kleinen gebäuden hier ist es mir durch diese wenigen steine einfach nicht schön genug geworden um es als architecture set zu nehmen und auch die bautechniken reißen hier natürlich keinen vom hocker das spannendste an dem ganzen bau ist dass wir hier bars reinstecken und dann hier mit sieglanz ein dach befestigt wird und dass wir die dachschrägen haben das reißt natürlich kein wirklich vom hocker und durch den kleinen maßstab ging es natürlich auch nicht besser aber wir haben zwischen den dachschrägen sehr offensichtliche fugen und das stört die optik doch sehr und dieser störfaktor wird durch die restliche optik meiner meinung nach leider nicht rausgeholt positiv ist natürlich für ein potenzielles display set dass wir zwei prints haben und überhaupt keine sticker das hier vorne ist ein print und auch dieses schild hier ist ein print also zusammenfassend muss ich sagen dieses set hat nicht unbedingt meinen geschmack oder meinen nerv getroffen es gibt bestimmt davon fans und vielleicht sehen die auch bestimmte sachen ganz anders als ich dann könnt ihr das gerne in die kommentare schreiben auch für mich ist das set leider zu schwach um es zu empfehlen es ist ganz okay und wenn man es vielleicht irgendwo mal günstig sieht ja dann kann man zuschlagen aber man sollte da nicht zu hohe erwartungen haben denn dieses set hat in keiner kategorie wirklich vollends überzeugt wir haben eine ordentliche steinequalität mit mängeln die habe ich angesprochen wir haben nur eine auffallanleitung die dann für mich auch nicht wirklich überzeugend ist gerade durch die farbwiedergabe und wir haben eben ein display set dessen aussehen jetzt aber nicht die anderen fehler rausreißt also ich möchte dieses set auch keinesfalls schlecht reden und aussehen ist natürlich immer eine subjektive sache wenn ihr das aussehensmäßig cool findet dann könnt ihr euch das natürlich gerne kaufen aber auf anderen ebenen kann das set leider nicht überzeugen ich habe aber auch noch ein paar größere wange setzt da die ich natürlich hier vorstellen werde und vielleicht kann sich ja dann wange hier noch mal von einer viel besseren seite zeigen wenn natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare es würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen tag haut rein bis zum nächsten Mal